Heute wird mal richtig einer gebäschert, denn wir spielen heute das Champagner-Trink-Spiel hier in GTA The Ballad of Game Tony und damit begrüße ich euch recht herzlich zu einer weiteren Folge hier in diesem geilen Game. Ja, das Champagner-Trink-Spiel gehört zu den 100% und dieses können wir im Messianet 9 zocken. Und das Messianet 9 ist hier unten. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Und wenn ihr im Club drin seid, geht ihr hier rechts die Treppe hoch. Und da oben muss es sein, ist jetzt auch mein First Try. Ich bin mal gespannt, wie das ablaufen wird. Mit diesem Dude hier müssen wir das Trink-Spiel starten. Und das machen wir auch mal und da kommt direkt die Champagner-Flasche. Wir gehen mal hoch und runter, die Flasche zu schütteln. Ja, dann knallen wir mal mit dem Korken. Haha, mega. Eine schöne Flasche Mui erstmal. Bewege die Maus, um den Champagner zu versprühen. Achso, auf die Frauen, das ist ja cool. Haha. Tja, die sind jetzt bestimmt richtig angepisst. Und jetzt geht es offenbar los, oder? Träge die Maus in einer gleichmäßigen Geschwindigkeit, um zu trinken. Okay. Äh, mach ich das richtig? Du trinkst zu schnell. Du trinkst zu schnell. Okay. Äh, ja, geht hier auch weiter, die Anzeige? Ich weiß nicht, ob wir es richtig machen. Du trinkst zu schnell. Sehr gut, du hast die Flasche geleert. Mega. Oh, first try. Also das freut mich jetzt übel. Oh, und Luis ist gleich mal richtig besoffen. Äh, gehst du auch weiter? Holy shit. Ja, ich mein gut, er hat eine Champagnerflasche auf X gesoffen. So, du fliegst jetzt erstmal schön hier runter. Hahaha. Nice. Moment, ich will nochmal kurz gucken. Äh, ja, das ist jetzt auch die Statistiken. Sehr schön. Alter Schwede, ist Luis besoffen. Aber, ja, damit haben wir das Champagner-Trinkspiel auch gezockt und kommen hier die Treppe nicht mehr hoch. Leute, ich hätte eigentlich gedacht, dass ich es gar nicht so schnell schaffe. Dann wäre der Part auch länger, aber ich will es auch dabei belassen. So ein Geiz soll da sein eigenes Video bekommen. Ja, dann war es heute ein sehr, sehr kurzer Part. Deswegen kommt heute noch ein weiterer, wenn es Luis dann mal schafft, die Treppen hochzukommen. Also bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao. Euer Bessix.